Ja und herzlich willkommen zurück zu Limbo Da sind wir nun wieder Weiter geht's diesmal Ohne zu sterben In Richtung I don't know Weitere Abenteuer Ist das ein Laser? Ok ist ein Laser Gut zu wissen Ok aber Nächste Frage Wie? Hm Kiste bringt mir nichts oder? No Diese Rätsel sehen immer so aus als ob sie nicht machbar wären Weil Wie soll man das jetzt machen? Was soll man machen? Muss ich? Ok Wait Junge, Junge Ich glaube diesen Screen werden wir noch ein paar mal sehen Ich wollte eigentlich gerade was testen Weil ich glaube nicht dass wir so lange in der Luft bleiben können Wenn die Kanone hier schießt Ja Ja gut Wohin worlang, was soll ich tun? Feld Oh, okay. Okay. Ah, okay. Okay. Okay, I see. Okay, I see, doch nicht. Äh, zerstört er nicht die andere Waffe? Doch, okay. Das ist die Lösung. Junge. Komm halt erst mal auf die Lösung drauf. Sorry, ich bin, glaube ich, wirklich froh, wenn das Spiel vorbei ist. Es tut mir leid, das zu sagen, aber... Ich finde diese Rätsel... ...mega schwierig. Okay. Die rutscht hier runter. Da geht Schwerkraft an. Das heißt, sie kann mich jetzt da hoch schießen, oder? Nicht? Schade. Ich muss auf die Kiste. Damit ich da hochkomme. Die Kiste müsste weiter nach links. Naja, hat funktioniert. Jetzt haben wir hier die Kiste. Um dann nach oben zu kommen... ...das sehe ich ein. Und jetzt? Die zweite Kiste. Die zweite Kiste. Aber wofür? Die Kisten gehen ja hier nicht hoch. Und die rutschen hier runter. Weird stuff. Also ich kann sie natürlich ganz nach links schieben. Da geht sie vielleicht ein bisschen weiter. Aber das reicht niemals, bis ich da drüben bin. Weird stuff. Weird stuff. Weird stuff. Weird stuff. Oder geht es jetzt bis ganz nach links, ohne wieder runterzugucken? Weird stuff. Weird stuff. Nö. Mama Wieso Wieso so viele Rätsel Die ich einfach nicht checke Wie soll ich hier hochkommen Die Kiste kommt ja wohl hier auch nicht nach oben Oder Oder doch Kann ich die Kiste rüberschieben Ich gehe hoch Ziehe die andere Kiste nach oben Vielleicht so irgendwie in dem Stil Bleib kurz hier bitte Ich gehe jetzt da hoch Renn rüber Greif mir die Kiste Hoffentlich Okay Okay Ich kann auf die Kiste klettern Und kann da Ja Das ist die Lösung Fragezeichen Ausrufezeichen Doppelpunkt Das sind solche komplexen Rätsel Einfach unglaublich Okay das ist die Lösung Brauche ich die Kiste I don't know Ich gehe weiter Ist mir egal Tschüss Vielleicht Vielleicht hätte ich sie gebraucht I don't know Okay 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 Der geht bloß hoch und runter Da oben ist eine Kiste Kann ich auf die Box Nope Da oben ist ein Gewehr Das schiesst die Kiste herunter I see Ich habe es gecheckt Nicht unbedingt So Nebenstil Aber das wird die Lösung Zumindest damit ich die Kiste kriege Okay 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 Gut Ah Schiesst also nur auf Menschen What the hell Oh nee Jetzt kommt die noch so stuff Ist das richtig Ich weiß nicht ob das richtig ist Okay Da kommt man nicht Oh Wait What the fuck Aber da muss jetzt die Dings wieder umgekehrt sein What the fuck Hmm 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 Wait. Hä? Ähm, ich brauch doch eine zweite Kiste. Kann das möglich sein? Kann ich die überhaupt noch holen? Nope, ist die Antwort. Dann muss es ja mit einer Kiste gehen. Hm. Nee, darum gibt's auch nix. Okay. Lass mich kurz überlegen. Ja, komm ich jetzt da überhaupt noch hoch? Das ist auch eine andere Frage. Okay, es hat sich resettet. Es muss ja auf jeden Fall mit einer Kiste gehen. Sonst würde es keinen Sinn ergeben. Wait. Gibt's vielleicht hier drüben noch eine andere Kiste? Ist vielleicht das? Ist das die Lösung? Das ist ein Schmetterling? Äh, das ist so verwirrend. Äh, das ist so verwirrend. Kann ich mit einer Kiste da hoch? Kann ich mit einer Kiste da hoch? Nee, sieht mir nicht so aus. Aber da geht's doch irgendwie... Irgendwohin. Dinge kann ich auch nicht hochklettern? Hm. Wie soll das jetzt gehen? Okay, siehst du, man kann die Kiste auf jeden Fall ein bisschen weit schieben. Weil die Gravitation anders ist. Aber ich selber muss ja auch da hochkommen. So komm ich da hoch. Aber hier brauch ich die Kiste auch. How? Vor allem fällt sie ja da wieder runter. I don't know. Oh man, ich würd sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier bei Limbo. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ich zerbrech mir hier noch ein bisschen den Kopf darüber. Tschüss.